Brustschmerzen mit Verdacht auf Herzinfarkt war die Ausgangsdiagnose. Es erfolgten zehn stationäre Aufenthalte und eine Herzkatheteruntersuchung. Am Ende war es aber eigentlich ein orthopäisches Problem. Und die Geschichte wird uns der Daniel heute erzählen. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Tulze und heute erzählt uns der Daniel eine Geschichte zu seinem Brustschmerzsyndrom, was er gehabt hat, was ihn in ein paar Jahren beschäftigt hat und wo in der Medizin der Kardiologie dann quasi alles gemacht wurde, bis hin zu einer Herzkatheteruntersuchung, die alles unauffällig waren und er letztlich eigentlich nur ein orthopädisches Problem hatte, was relativ leicht im Endeffekt zu lösen war. Aber erzähl uns lieber mal selbst deine Geschichte. Hallo, mein Name ist Daniel Müller und ich habe seit ungefähr zwei Jahren schon das Leiten gehabt. Es fing eigentlich alles damit an, mit Atemproblemen, dass ich so einen Druck hatte auf die Brust vom Einatmen her. Es ging wirklich, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich hatte dadurch wirklich extreme Einschränkungen, egal wo, ob es jetzt Treppenstufen steigend war, ob es, was ich habe immer sehr, sehr gerne Sport gemacht, auch viel Sport, habe auch wirklich Kraftsport etc. Ich war schwimmen, ich war laufen, ich war Fahrrad fahren, das hat sich mit der Zeit quasi alles fast gelöst von mir. Also eigentlich, genau, also quasi das, was mich ausgemacht hat letztendlich, es war nach und nach und nach und nach, es war einfach alles nicht mehr möglich durch diese Schmerzen. Und den Beruf so als Ofenbauer? Genau, ich bin ja, Ofenbauer, heben, tragen, gerade Bücken etc. oder wenn es, es war egal was, es war fast nichts mehr machbar. Dadurch bin ich wieder zum Arzt, spätestens jede Woche weit beim Arzt gewesen. Was wurde dann gemacht? Es wurde gleich gemacht, EKG wurde geschrieben und Verdacht auf Herzinfarkt etc. Das wurde mir dann gleich immer wieder... Wie oft warst du im Krankenhaus dann? Kann ich gar nicht mehr zählen, ganz ehrlich. Ich glaube wir haben acht, achtmal oder siebenmal? Also locker, ja. Also ich sage sieben, acht bis zehnmal war ich definitiv im Krankenhaus. Also ich kenne die Krankenhäuser in der Nähe schon, die Kardiologie... Das Ganze in einem Zeitraum von zwei Jahren. Zwei Jahren, ja. Wie oft im Krankenwagen hingefahren? Auch jedes Mal? Einige Male, ja. Also im Krankenwagen mindestens sechs, siebenmal auch, ja. Und das mit 28 ist ja schon eine ziemliche Einschränkung, ziemlich problematisch. Und dann haben wir uns ja das erste Mal vor sieben Wochen getroffen, glaube ich. Und da war dann letzten Endes an der Brustwirbelsäule das eine oder andere natürlich ziemlich blockiert. Also zwischen den einzelnen Wirbeln. Die Brustwirbelsäule war genau an dieser Stelle hier blockiert und hat dann dementsprechend die Nerven, die herausgehen und nicht nur das Skelett und die Haut entsprechend versorgen, sondern auch das hier drin liegende Herz mit Herzrhythmusstörungen reagiert wurde, nachdem hier eine Blockierung war. Das war das Problem. Näheres können Sie sich dazu natürlich in unseren Brustwirbelsäulen-Blockierungsvideos nochmal angucken. Aber eine Behandlung mit der Chirotherapie in dem Bereich hat letzten Endes hier die Lösung gebracht. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz. Und das ist etwas, wo man immer nochmal drüber nachdenken sollte, wenn man natürlich schulmedizinisch korrekt vorher einen Herzinfarkt oder eine organische Herzerkrankung ausgeschlossen hat. Und dazu müssen Sie wissen, dass es zwar Nerven gibt, die wir bewusst wahrnehmen, also für Schmerzempfindungen, wo uns dann quasi bei einem Bandscheibenvorfall das mal ins Bein hineinziehen kann. Aber aus diesen Nervenaustrittspunkten an der Wirbelsäule oder auch vor der Wirbelsäule entlang liegen auch sehr viele sogenannte vegetative Nerven. Die sind dafür zuständig, das Herz entsprechend zu befeuern, dass dort der Rhythmus entsprechend stimmt oder auch nicht stimmt. Und wenn die dann irritiert sind, kann es tatsächlich auch mal so sein, dass man so ein Herzrasen bekommt. Herzrasen auch. Das ist auch berichtet. Und wenn man das dann alles wieder löst und sich das Ganze etwas beruhigt, dann ist das im Grunde genommen so, wie der Zustand jetzt ist. Wie waren jetzt die letzten sieben Wochen? Also ich glaube, mein Gesichtsausdruck sagt vielleicht alles. Also ich bin ganz ehrlich, seitdem ich das erste Mal bei Ihnen in der Praxis war hier, war, ich bin hier raus und ich wusste gar nicht, was ich zuerst und was ich zuletzt machen wollte. Ich wäre am liebsten direkt gleich in Sportstudio gefahren, am liebsten gleich von mir aus auch in den Freizeitpark etc. Also ich habe mich erst mal direkt wie neu geboren gefühlt. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt vielleicht einfach nur so ein Sprungfeuer, hört das wieder auf? Und ich konnte wieder heben, ich konnte wieder Sport machen. Egal was es war, ich hatte wieder Freude, meine Freude am Leben gefunden. Egal was es war, in jeder Faszin liegt er in jeglicher Hinsicht. Da war ja dann auch ein Termin reingerutscht vom Psychiater, glaube ich, letztes Jahr im Mai. Ja. Was hat der dann attestiert? Der hat gar nichts. Also da ist nichts mehr rausgekommen. Wieso? Der hat doch was sogar empfohlen zu nehmen. Ja, ich sollte nämlich Antidepressiva nehmen, ja genau. Wegen einer depressiven Entwicklung. Das ist natürlich auch noch absolut desaströs, wenn man dann überlegt, hier sitzt ein 28-jähriger junger Patient, der Handwerker ist, der gerne Sport treibt, der ein orthopäisches Problem hat, der wöchentlich EKG und Arztkontakte hat, am Ende beim Psychiater landet, eine Depression attestiert bekommt, davon natürlich auch nicht glücklicher wird. Das ist natürlich der Worst Case, der auch noch passieren kann. Und umso schöner finde ich es jetzt, dass das alles quasi jetzt der Geschichte angehört und dass es im Grunde genommen so ist, wie es ist. Also das ist zusammenfassend natürlich etwas, wo wirklich was ganz schief gelaufen ist. Deswegen abschließend noch der Tipp von mir, wenn Sie irgendwas haben im Bereich des Körpers, Sie merken irgendwelche Untersuchungen, führen immer wiederkehrend zu keinem Ergebnis, denken Sie ruhig auch immer wieder an die Wirbelsäule. Denn sämtliche inneren Organe, ob es letztes Herz ist, ob es die Lunge ist mit einem unklaren Husten, ob es hier unten der Magen ist, der Darm, die werden alle von Nerven, auch von der Wirbelsäule her, beeinflusst. Das vegetative Nervensystem nennen wir das. Das ist halt nicht das bewusste, sondern das unbewusste Nervensystem. Und wenn man dann an der Wirbelsäule etwas behandelt, unter Umständen Blockaden löst, kann das auch in den einzelnen Organsystemen zu entsprechenden Verbesserungen führen. Wenn Sie dazu noch etwas näher bei uns auf dem Kanal was angucken wollen, dann kann ich Ihnen zum einen unser Chirotherapie-Video empfehlen oder zum anderen auch unser BWS-Blockierungs-Video, wo Sie sich auch selbst ein bisschen mobil machen können. Ansonsten sage ich danke Daniel für die Story. Ich danke Ihnen für die Zeit. Und wenn Ihnen das gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben oder abonnieren Sie den Kanal oder empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.